Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Herzen Hamburgs bei wunderschönem Wetter zu einer neuen Folge Tims Tutorial. Ja, wie man sieht, die Sonne kommt raus, der Sommer ist mitten dabei und natürlich dreht sich jetzt zu diesen Tagen alles um das Thema, die richtige Figur, der Feinschliff, vielleicht für den Strand, für das Schwimmbad oder für die leichte Kleidung. Ein Punkt, der wesentlich unterschätzt wird, gerade von vielen Frauen, ist das Thema Krafttraining. Ja, Krafttraining soll natürlich nicht bedeuten, dass sich jeder Auftraining wie Arnold Schwarzenegger und dann nicht mehr in die Bluse oder ins Lieblingshemd passt, sondern einfach nur Muskelzellen, die eben viel auf Fett verbrennen können, zu fördern, auszubauen, um damit eben diesen Aufbau oder auch vor allem für die Frauen den Straffungseffekt hervorzurufen. Ganz wichtig ist dabei nur ein Punkt und zwar der richtige Muskelreiz. Also achtet nicht darauf, dass ihr möglichst hohe Gewichte stemmt oder möglichst viele Wiederholungen macht, sondern dass ihr einfach bei der Bewegung, bei der Übung immer wieder merkt, dass es zwickt, dass ihr immer auf die Zähne weisen müsst, denn nur dann kommt der Muskelreiz an und nur dann habt ihr euren Trainingserfolg. Wenn ihr dabei nicht sicher seid, lasst euch nochmal über die Schulter schauen, nehmt euch einen Trainer zur Seite und überarbeitet nochmal euer Training, denn Krafttraining ist für alle extrem wichtig. In diesem Sinne, genießt die Sonne, viel Spaß beim Figurtraining und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!